Sooo, da sind wir wieder bei Let's Adventure Yo Minecraft und heute spielen wir die Map von TheDreamKiller33 und die Map heißt World. Ich glaub ihr hattet den richtigen Namen, aber der stand jetzt gerade nicht mehr da. Open World Feeling. Goldbahnen sind dein Score. Willkommen zu meinen 30 FPS. Jetzt heißt es 90, 100, 100, 110, 110, ok 90. Willkommen zu meiner Adventure Map Greenlands. Genau Greenlands ist die Map, genau. Gut, gut, gut. Regeln. Erstens nichts abbauen. Zweitens kein Blöcke platzieren. Nicht über die Begrenzung. Zaun springen. Auf friedlich spielen. Spaß haben. Friedlich. Peaceful. Sorry, du wachst... Warte, was steht da noch? Sechstens ist verboten, Ranken hochzuklettern. Ok. Du wachst hier mitten im Wald auf und fragst dich, wo du bist und begibst dich auf die Suche nach Antworten. Dabei begibst du dich zuerst zu dem großen Turm. Jetzt geht er schon hin. Ok, ich geh ja schon. Oh, sieht das schön aus. Der Turm ist hässlich, aber... Das, wenn man hier... Das Haus ist auch hässlich. Aber wenn hier... Aber wenn hier rauskommt, der Blick... Und wenn man nach rechts und links schaut... Dieser... Dieser Lichtungseffekt. Der ist toll. Wenn es auf einer Flatgrassmaps gebaut wurde, sieht das toll aus. Boah. Entschuldigung, aber die Bäume sehen toll aus. Sag ich mal nichts gegen. Oh, das ist schön. Ok, gehen wir mal weiter. Äh, was will ich machen? Ich hab vor lauter Baum schon wieder vergessen, was ich machen tun muss. Äh... Zum großen Turm will ich. Ok. Er stand da nicht. Und ranken darf ich nicht hochklettern. So, dann gucken wir doch mal. Wahrscheinlich hier oder sowas. Hm, ich benötige Redstone. Ok. Ich möchte zum großen in den großen Turm. Und darf keine Ranken hochklettern. Aua. What the fuck? Wird ich einfach mit Zeug beworfen, wenn ich um den Turm einmal rumrenne. Steht auch dann am Turm da, was ich machen möchte, oder... Muss ich mich einfach fragen, so... Oh. Da geht's ja nicht weiter. Komm mal, klettern wir einfach mal da hoch. So Richtung Eingangstreppe. So. Hm. Bitte die Zauntür nicht schließen. Ok. Da komm ich nicht rein. Brauch ich Redstone. Ok. Weil's Open-World-Feeling sein sollte, sollte ich mich wahrscheinlich auch einfach jetzt hier umgucken in der Welt. Nehme ich jetzt einfach mal an. Weil hier nirgends mehr was stand. Dieses Dorf stand, als wäre es vor kurzem verlassen... Was? Scheint, als wäre es vor kurzem erst verlassen worden sein Totentun. Alter. Könnt ihr mal aufhören? Da und irgendwelche Flaschen und so Zeug nach mir zu werfen. Das gibt's ja nicht. Ich muss mich ja hier nirgends umgucken, ohne dass mich überall Flaschen angreifen. Flaschengeister auf Doom. Sie wollen mich umbringen. Ist was im Brunnen? Ja, im Brunnen ist auch was. Weh. K. 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 Ist da was? Ein Goldbarren? Brauch ich einen Goldbarren? Nein! Cool. Das ist Endstone, oder? Ja. Sieht aber auch cool aus. Hm. 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 Hm? Nee. Wo ist Redstone? Warum gucke ich mich in einem kaputten Dorf um? Was ist das hier? Kann ich da hochklettern? Nein, kann ich nicht. Ähm. Okay. Bisher habe ich noch nicht so die große Ahnung, wo ich hin muss. Vielleicht hier rein. Sieht nach einer Aufgabe aus. Eventuell. Ganz eventuell nur. Okay. Ich kann das Minecraft hier durchfahren lassen. Mit Kohle. Mach mal was so. Betätigen die Schalter schon überhaupt irgendeine der Schranken? Nö. Doch, Moment. Das hat sich gerade gedreht, oder? Ach, verzögert. Okay. Äh. Das Minecraft ist stehen geblieben. Okay, schieben wir noch ein zweites nach. Vielleicht hilft's ja. Nein, nicht wirklich. ETF, was ist denn heute mit Minecraft los? Keine Map funktioniert. Hier, 50 Kohle. Fahr, gib Gas. Dann schiebe ich dich wieder auf die Schienen. Du rähst uns einfach davon, okay? Ach, gut. Gut, hi. Stirb. Stirb. Minecraft. Ofen rein. Oh, das geht nicht. Okay. Cool, ich hänge. Jetzt bin ich... Ha, guck, ich hab's auf die Hinterseite geschafft. Jetzt nehme ich einfach Minecraft mit Cheaps dahin, was geschummelt wäre. Ich will die Aufgabe schon lösen, aber ich bin gerade irgendwie... Zu ungeschickt. In Minecraft dann durchzufahren. Es kommt mir vor, als würden die Schaltbuttons irgendwie laggen und... Ach, keine Ahnung. Ich versuch's einfach noch mal. Ha, ha, ha. So. Kohle, 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 Kohle. Mittleren Schalter. Zu spät. Dann schieben wir dich da rüber. Tut noch mal gewähnt, da sind ganz viel Kohle rein. Bis du 100 Stunden fährst. Gut. Das war nicht da rein. Da rein, ja genau. So, mittlerer Schalter. Yes. Erster Schalter. Nein, erster Schalter war falsch. Shit. Nochmal. Ähm, nochmal kurz gucken. Mittlerer Schalter macht erstes. Genau, dritter Schalter. Macht zweites. Okay. Also 2, 3, 1. In der Reihenfolge. Okay. So, jetzt hast du alle Kohle, die ich je hatte. In dir. Liebes Minecraft. Schaffst du's aber, bitte. Komm, geh da rein. Geh da rein. Nein, geh da rein. 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 Och, ey. So ein Krampf. Wirklich. Könnt hier ragen. Zack. 3, 2, 1. Boah, wird es nicht so verzögert reagieren? Unterschiedlich schnell. Dann könnte man's ja machen. So. Die Werkbank ist wahrscheinlich da, dass ich's hundertmal probieren kann. Tick, 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 tick. Drei. Zwei. Zwei. Yes. Ein, 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 ein Redstone. Oh Gott. Halleluja. Das tue ich mir hier nur an. Die Map sieht schön aus. So viel kann ich schon mal sagen. Aber sie ist so unerklärt. Tue einfach alles, was es auf der Map gibt für Redstone. So gesehen. Das Prinzip schätze ich mal. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Redstone brauchen wir. Fünf brauchen wir noch. Fünf more to go. Gucken wir doch mal dahinter. In diesen kaputten Turm. Eine Million Redstone für uns. Da darf ich nicht hochklettern. Da kann ich hochklettern. Zumindest nicht versuchen. Aber das sieht so unmöglich aus. Deswegen denke ich nicht, dass es gewollt ist, dass ich hier hochkletter. Und meine Hand juckt. Nee. Da soll ich wahrscheinlich nicht hoch. Hört auf mit euren Open World Maps. Die sind zu komplex für mich. Glaube ich. Da komme ich schon mal nicht rein. Warum darf ich keine Ranken hochklettern? Dann macht sie nicht hin. Machen muss Blöcke. So. Ich versuche es jetzt einfach mal hier. Sieht ja wenigstens nach einem ansatzweise mäßigen Versuch aus, wo man hochklettern könnte. Auch wenn es total grässlich gebaut ist vom Jumpman her. Also quälend eher so. So. Da kann ich hoch. Da sind vier Goldbarren. Okay. Ist schon mal gut. Komme ich nicht rüber. Ist auch nichts. Muss aber da rüber kommen. Kann ich auf den Zaun landen? Ja. Kann ich. Okay. Gut. Und da unten ist wahrscheinlich wieder eine Redstone drin. Yes. Wunderbar. Perfekto. So. Zwei Redstone. Fehlen noch vier. Was hier wohl ist. Ein Labyrinth. Plötzlich mal. Und eine Redstone am Ende. Ich finde das Prinzip der Mapper ziemlich geil. Es darf ja ruhig Open World sein, aber die Stellen, wo ich Redstone finde, sind mir zu unmarkant. Oder ich bin einfach nur blind. Oh Gott wie viele Wege es hier gibt. Redstone. Wunderbar. So. Hier irgendwo links muss der Ausgang sein. WTF. Höchst du einfach mal Lava. Aber. Na guck mal. Im Ausgang. Zwei Redstone. Das ist schon mal gut. Fehlen noch drei. So drei Aufgaben noch zu lösen. Zack. Zack. Eins und drei. Guck mal. Gut. Da drüben wird wahrscheinlich eine Aufgabe sein. Ich war ja irgendwie am Anfangsplatz zu komplex verwirrt für die Map. Hätte man am Anfang hinschreiben können, dass sie es ein bisschen besser hinschreiben können. Ernteteile bis Tür durchpacken. Okay. Und welchen? Huch ich war gerade auf dem Haus. Äh. Enderperle plus Baum gleich ein Haus drin. Gibt's ganz viel Holz. 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 Äxte. Ein Redstone. Diamant verschwert. Okay. So. Von draus geht's. Geh nämlich mit. Wer weiß, wofür ich sie noch benutzen kann. Ich nehme alles, was es mir gibt. Steht auch nirgends da, dass ich die Neo für die Aufgabe benutzen darf, oder? Ich glaube nicht. Kann noch mal gucken. Keine Blöcke. Nichts abbauen. Nichts über Begrenzung. Zaun springen. Spaß haben. Friedlich spielen. Verboten an Ranken hochzurettern. Okay. Nichts besonderes. Also dann wird da in der Ecke... Da war ich schon drin, ne? Genau. Zwei Redstone fehlen mir noch. Ich schätze eins wird irgendwo da in dem Dorf sein. Einfach der Logik nach. Ah. Ich hab keins gefunden. Das ist mein Problem. Deswegen sind die ja so überall Kisten, weil ich... Denken soll das... Ach guck mal Redstone. Irgendwann ist es da nicht. Da ist ein Redstone Fackel. Ähm. Okay ich hab das Redstone gefunden. Was ist denn? Ich brauche eine Hacke. Wofür brauche ich die Hacke denn? Haltes Herzschutz. Komm. Aha. Die Hacke hat einen Schei... Mechanismus aktiviert. Aber das kann ich doch auch nicht wissen, dass das ein... Das wusste ich echt nicht, dass das geht. Aber gut. Ich kann ja nicht alles wissen. Darf ich meine... Ich mach meine Regen weg, oder? Sollte besser sein. Regenlose Map. Wofür denn? Haltes Herzschutz, komm. Mechanismus aktiviert. Ähm. Ja. Regen? Danke. Aha. Da steigen auch die FPS wieder nicht. Okay. Irgendwas stimmt an der Map nicht. Meine FPS sind nämlich dauerhaft down. Aber gut. Ja das hat's aktiviert. Cool. Das hab ich ja so bekommen. Schätze ich mal. Oder ich hab's... Ah nein das liegt hinter mir. Ups. So. Dann fehlt noch eins. Übrigens ein Labyrinth fackelt gerade ab. Wegen der Lava. Heißt die ganze Möp wird gleich in Flammen stehen. Aber gut. Hab ich nichts mit zu tun. Ich will nur in den Turm. Da fehlt mir noch ein Wet Stone. Und ich weiß nicht wo es ist. Wo könnte es nur sein. Dup. Dup. So. Da in die Richtung hab ich glaube ich noch keine Aufgabe gehabt. Ja. Da ist auch die letzte scheinbar. Schätze ich. Hoffe ich. Bitte keiner brennt. Ein Rätsel. Eine Zahl mal zwei übersteigt ihren halben Wert um 99. Äh. Keine Ahnung. Falsch. Richtig. Update. Update. Update 1.7. Wann gab es Piston Kolben in Minecraft? 1.8. Nein. 1.7. Oh. Tatsache. Muss ich auch nicht. Ähm. Sitze ein. Ne. Mathe schaue ich das gar nicht an. Wegen der Tatsache einfach weil in den Kommentaren nur Flames entstehen. Wie bei der letzten Mathe Rechnung wo einige fest darauf bestanden haben dass ihre falsche Antwort die richtige ist. Sollen sie einfach die Matheaufgabe immer zu ihren Lehrer bringen. Ne Mathe lasse ich wirklich raus aus den Aufgaben hier. Überspringe ich. Dann ist die ganze Menschheit zufrieden. So. Pam. Jetzt ist der Schalter da oben offen. Während der Wald hier abfackelt da hinten irgendwo. Das hat aber nichts mit mir zu tun. So. Ich finde es übrigens toll wie du hier die Kletterelemente gebaut hast mit den Zäunen. Dass man die Zäune braucht um da hoch zu kommen. Das ist schön das sieht man nämlich nicht direkt. So ist offen. Da steht hier. Gedanken. Als ich die Tür öffnen konnte fand ich einen Fahrstuhl voll funktionsfähig vor mir. Was ist das nur für ein komischer Ort. Call. Ein Fahrstuhl. Oh lol. Wie cool. Oh wie cool. Wie cool. Ähm. Ja. Ich glaube dein Fahrstuhl ist hängen geblieben. Haha. Aber er war cool. Ähm. Ja. Er hätte noch ein bisschen weiter hoch gehen sollen. Ich nehme es einfach hin. So. Das war meine Adventure Map. Wie mühevoll der Fahrstuhl gebaut worden sein muss. Ähm. Das war meine Adventure Map. Ich hoffe es hat dir gefallen. Mit freundlichen Grüßen. Dreamkiller 33. Ja die war toll. 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 Ich habe insgesamt 17 Punkte zu erreichen. Goldball wahrscheinlich. Ich habe sieben. Na gut. Ich habe mich auch nicht so sonderlich umgeguckt. Da sieht man das Fahrstuhlsystem. Ach. Jetzt ist er auch oben. Ja runter funktioniert leider nicht mehr. Ich sehe schon. Fahrstuhl schiebt das gesamte Ding hier einfach runter immer. So ein Block so gesehen. Das ist cool. Der ist cool der Fahrstuhl. Blöcke und TNT. Und die Benotung soll ich wohl machen? Ich kann ja mal hier an den Rang hochklettern aufs Dach. Ähm. Oder auch nicht. Ach. Ich habe Creative. Ups. So. Sprengen wir den Fahrstuhl einfach in die Luft. Allein wegen dem Fahrstuhl würde ich mir die Map schon runterladen als Zuschauer. Ja. Diese Map hat. Bis auf die Lava Sache. Die solltest du unbedingt fixen. Aber die Bäume sind toll. Oh die sind schön. Doch die Aufgaben waren an sich schön. Waren einfach einmal im Kreis um den Turn verteilt. Ich war irgendwie anfangs zu verwirrt. Warum auch immer. Die Map ist schön. Die ist toll gewesen. Hm. Du solltest es vielleicht höchstens im Spawnhaus das ein bisschen schöner noch bauen. Dass es nicht einfach so wie ein viereckiger Klotz da wirkt. Oder so. Oder wie eine Guft oder sowas. Hm. Und sonst war die Map sehr schön. Perfekt gebaut. Keine Beschwerde an dieser Stelle. Es war eine Flatgrass Map oder? Ja. Es war eine Flatgrass Map. Oder Flatstein Map. Oder was auch immer. Ich würde sagen die Map hat sich ein. Stabiles. Einfaches. A verdient. Die Lavastelle ist halt nicht jetzt so unbedingt das beste. Aber das. Also dass die Lava den weiter kaputt brennt mit der Zeit. Aber das kann man ja. Es ist sehr schnell gefixt. Hätte man halt bedenken sollen. Sonstens mit der Hacke könnte man irgendwie noch besser erklären. Dass es auch jeder Spieler versteht. Weil das weiß ja niemand was da gemeint ist. So direkt. Das Minecraft Ding kann man vielleicht überarbeiten. Das ist mit den Pistons. Äh. Das ist mit den Redstone nicht so lag. Außer du es gewollt. Dann lass sag ich nichts. Das mit den Enderperlen habe ich nicht verstanden den Bug. Weil ich den nicht kannte. Ich bin einfach jetzt halt übers Dach rein. Was war da unten nochmal das Rätsel? Oh. War nett. Wenn die Aufgaben waren. Anspruchsvolle Rätsel geht. Die Jumping Gun war ein bisschen zu schwer. Fand ich zumindest. Habs zwar geschafft aber ja. Doch. War ne stabile Map. Fand ich gut. Fand ich gut. Prinzip fand ich gut. Bisschen mehr Story außen rum. Vielleicht irgendwie basteln. Um die Map. War ja nicht sonderlich viel. Komm. Sonst ist die Map perfekt. Keine Beschwerde hier. Ein stabiles A. Oder A plus. Oder A. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare bitte. Welche Note ihr gegeben hättet. Aber bitte nur begründet. Bis dann. Euer Zombie. Bye. Bye.